19 Uhr i Aufrettungsflug Andra ist unwohl. Sie kratzt sich den Rest einer Eierschale aus dem Haar. Spaß am Fliegen haben Andra, die Makrot-Telematikerin steht am liebsten in ihrer Hexenküche. Hier, ich hab euch ein paar Sandwiches gemacht, murmelt sie zur Zerstreuung. Bartgare nimmt die kleine Tüte in Empfang und luckt hinein. Da schau her recht moderat für Andra, Weißbrot mit Mozzarella und Tomate. Sfinnisch verschlingt seinen am schnellsten. Im Flug betrachtet Hinlei die Stadt seiner Kindheit. Suntare hat sich verändert. An jeder zweiten Straßenecke diese überdimensionalen Bilder Hypatias und Jurewitschs. Die neuen Herren wollen Präsenz zeigen. Ob sie damit das Volk erreichen ist fraglich. Es geht raus aus der Metropole in die südlichen Vorbezirke. Die Gegend hier sieht abgewirtschaftet aus. Ein vergessener Distrikt liegt zu ihnen zu Füßen. Irgendwie passt die Gegend.